ist das dann erst eine kiste geht das eine in die trash kann ja ich möchte da oben also nur eine oder zwei eine doppelkiste für die erdproduktion gedacht war aber ja ich dachte wir hätten irgendwo noch welche aber ich kann mich um ertäuschen ich bin halt ob es ein kerl tut mir leid tut mir leid dass ich ein penis habe nur weil ein mann ist also du ein junge hast du mal gestimmt kessie 12 12 12 12 Eins. So, es ist ein GREATER REWARD-BANG! Hä? Cassie! Was ist denn? Hier, dein Freund. Hä? Was? Da, August-Gem. Bitte sehr, das brauch ich nicht. Ist dein Freund? Er bringt sich gerade selbst um. Nee, er stirbt, weil er keine Atemmaske hat. Hahaha. Aber der gibt gut Essen. Ja, Pizza! Hier, Maven. Nicht mal die kann ich bekommen. Warte, warte, warte. Pizza! Dominos-Spezial. Hahaha. Hahaha. So, und das hier unten ist ein dimensional Anchor. Das ist der da. Eisenblock und Gold. Krieg mal hin. Das und noch ein bisschen Gold. Also der nächste Crestreiter ist gleich fertig. Brauchst du jetzt noch ein Filter? Oder was? Nee, der hat schon... ...gefunden. Okay, Melde. Melde. Eins, zwei oder drei? Drei. Oh Mist. Ähm, ein Basic. Oh, 128 Marble. Haben wir ja nicht schon. So, ähm, ein Dimensional Anchor kommt erst einmal hier rein. Gut, der ne, äh, der Questreiter... More Power ist fast fertig. Ich brauche jetzt Saphire und Tote Sterne. Kann man die irgendwie herstellen? Star. Toter Stern. Nee, kann man nicht herstellen. Reinforced Obsidian. Ernsthaft? Wie teuer haben die das gemacht? Ich freue mich schon auf das Stargate Teil im Questbuch. Ja, warum auch nicht? Der Stargate Controller, weißt du was der uns kostet? Was denn? Fünf Blöcke Reinforced Obsidian und ein Stargate Controller Crystal. Und den machst du aus vier Nether Stars und vier Pulsating Crystals. Hallo? Das heißt, wir brauchen vier, 16 mal HE. Und das... Oder wir, äh, machen einfach... Ach, das Ergebnis. Und das so schnell wie... Und das, ähm, ja. Genau. Wir brauchen dann auch noch was, ähm... Wie heißt das hier? Radioaktives brauchen wir noch dazu. Ja, das Radioaktive, das bekommt man eigentlich... Okay. Ne, das haben wir ja noch ein bisschen, also... Ja. Ne, 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 ne. Ich hab unsere 16 verbraucht. Du brauchst insgesamt 64 Stück für vier Nether Stars. Es sei denn, man kriegt die dann irgendwo anders her. Aber gut, ne? Ja. Es sei denn, man schafft es, einen Wizard zu klatschen, wenn man irgendwie an die Köpfe kommt. Ähm, warte mal. Ja, doch... Oder mit nem Blutaltar. LOL! Mit nem Blutaltar kannst du nen Uncharted Nether Star zu nem normalen Nether Star machen. Da brauchst du Skelettköpfe, Quarz, Solstern und Dierschwert, Spitzak und Axt. Wer will sich mit Bloodmagic auseinandersetzen? Pfff... Das könnte eigentlich Cassie machen. Hm? Doch. Also Bloodmagic sollte meines Erachtens nicht wirklich so scheiße sein. Gib einfach mal unten ein, ähm... Bloodmagic. Und dann guck dir an, was du dazu brauchst. Für den Altar und so weiter. Mein Licht abhängig. Ach, die sind ja leicht herzustellen, kommen wir die entsorgen, ne? So... So... Äh... Genau. Aber warte mal, warum mach ich das nicht einfach so, dass ich... Es ist mir zu kompliziert. Okay. Ey, auch Cassie, jetzt komm! Aber... Wie sieht's denn aus, Cassie? In deinem Questbuch hast du eigentlich irgendwelche Quests abzugeben? Ähm... Ich hab jetzt keinen direkt gefunden, als ich vorhin durchgeguckt hab. Na, weil sie ja der Gruppe beigetreten ist. Ja, aber wo ich der Gruppe beigetreten bin, konnte ich alle eure Quests auch noch claimen. Das ist es ja. Hm... Ja, vielleicht, weil... Äh... Ach, keine Ahnung. Wer weiß... Wer weiß... Wer weiß... Wer weiß... Wer weiß... ...die will auch schon gerade hier... What the fuck? Was? Naja, egal. Die Ansicht hat sich nur irgendwie gerade geändert, keine Ahnung, warum. Okay. Ich könnte jetzt fies sein und sagen, Cassie soll die Kisten sortieren, aber das wäre ja dann richtig scheiße von mir. Mein Laptop hat gerade gar keine Lust auf mich. Dann töte es. Aber nur noch bevor es alle lebt. Das, 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 genau. Der Fallschirm kann drinnen bleiben. Die kann dort rein. Das kann dort rein. Ach, Sauerstoffwarnung. Ach, ne. Ja, ja, hab ich. Das sind ja meine. Ja, weil hier noch zwei leere drinnen waren. Die habe ich da nicht rein gemacht, sonst hab ich halt. Wer macht immer leere Dinger da rein, anstatt die aufzufüllen? Da haben wir schon zwei Oxygen-Dinger da stehen. Cassie? Cassie hört grad nicht zu. Cassie? Ja. Ja. So ganz zaghaft und ruhig, also wird auf frischer Tat ertappt. Ne, Cassie, äh, tust du immer die leeren Oxygen-Tanks in die Kiste machen? Ja. Bitte sofort wieder auffüllen, weil wir die ja brauchen, wenn wir auf den nächsten Planeten fliegen. Ja. Äh, wir haben ja extra schon da zwei Stück hingestellt, das heißt, passt eigentlich. So. Als ich das letzte Mal da reingeguckt hab, haben die halt nicht aufgefüllt, deshalb dachte ich mir, ich war nicht die aufgefüllt, dann tue sie dann machen. Doch, also ich mach die eigentlich immer voll. Ja, keine Ahnung. Bulli-Tool. Wer weiß. Bulli-Dool. Ein Bulli-Dool. Oder Aspirin. Kann ich auch herstellen. Jetzt melden wir noch ein Planlust in der Gegend umher. Weil ich warte, bis es compressed ist. Du weißt, dass wir zwei Compressor haben. Du kannst bei uns den auch noch nutzen. Achso, weil der eben voll war, deswegen. Äh, ich weiß nicht. Ich mach das jetzt einfach so. Ich klau euch jetzt euer Zeug. Achso, stimmt ja. Wir verlagern jetzt einfach alles zu uns, damit der Melvini immer hin und her renn muss. Puh. Naja. Ist ja eigentlich schon produktiv so. Ja. Und hier verstopft schon wieder irgendwas die automatische Sortiermaschine. Ja. So, Ike. Ich hätte dann auch nochmal zwei. Fuckin Patronenkugel. Ernsthaft? Aber hier noch. Nee, gut. Dann da rein. Ike. Ja. Ich die einstellen. Und ne. Mal. 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 Hast du noch den, diese Kiste? Welche? Diese dimensional übergreifende? Die steht noch in der Base, in eurer alten Base. Die, die ich dir zugeworfen habe? Ja. Ja. Ah. Okay. Warum steht die bei uns in der Base? Die sollst du doch bei dir hier aufbauen und dann Zeug rein und dann so, genau, Zeug raus. Ich glaube, Melvin ist nicht ganz hinterher gekommen, was ich wollte. Ja. Ich aber auch nie. Es ist spät. Es ist spät. Es ist spät. Ich schiebs mal darauf. Das hat nicht mit spät zu tun, aber... Ach Melvin, die Nacht... Nein! Ich komm nicht runter! Hals da! Hals! Hals! Ich komm nicht runter! Hä? Hi. Alles klar bei dir, Tyrox? Ich komm nicht runter! Hilf mir! Ich komm nicht! Ich komm nicht! Ich komm nicht! Ich komm nicht runter! Ich komm nicht runter! Ja, ich weiß, dass du in der Luft schwebst! Ja! Ähm! Da muss ein Tyrox kurz warten! ich glaube ich lasse die sterne ja ich muss die leer kriegen für die quest weil ich tote sterne habe das hört sich jetzt habt ihr da noch einen warum habt ihr so viel magnesium mg wegen wegen dem kompressen stein mit die ganz ganz viel heiß rausbekommen in irgendeiner weise es richtig ja also was soll ich dazu sagen außer genau genau wieso ist hier oben in der maschine ja naja genau die von hier unten hier die ist da hochgegangen und das glitscht halt durch die wand doch hab nichts gemacht doch doch das habe so viel und so viel haar und und ich habe mich doch fast wieso so viel von dem zeug also brauchen wir nicht ja das kannst du in die trashkammer so kack brauchen wir nicht könnte ich da rein machen das ist unerste schublade das drecks vieh das verkneife ich mir jetzt sonst komme ich ja eklig rüber ich wollte ganz mikro rülpsen was ist ein v vanadium jetzt scheinen wie vaseline ja tiroxen omikeste wahr alles klar okay ab sofort gett Galactic Science ohne Tyrox Rider. Das hat sich jetzt ganz schön falsch angehört, das Geräusch im Hintergrund. Als ob sich irgendeiner Spaß mit sich selbst hat. Ich mag Windorf. Echt? Ich mag das auch. Das mobbt ihn immer so schön. Was? Ich hab jetzt Cassie nicht verstanden. Ich finde dieses Geräusch nervig. Kann man auch grob ausstellen? Kann man auch. Aber anscheinend ist sie halt wirklich zu... Hör auf, Cassie hat schon schlechte Laune. Irgendeiner mal doch irgendwas. Nein. Das hört man vor, dieses... ZI. Haben wir hier irgendwo ZI? Zink. Nee, haben wir nicht. Warum haben wir kein Zink? Äh, da brauch ich mich auch nicht wundern, dass das nicht abgepumpt wird. Nee, Zink haben... äh... Zin, meine ich. Scheiße. Ja, siehst du, Ike, ihr habt halt doch nicht einfach alles. Ja, hallo, das ist normalerweise CC-Aufgabengebiet, ja. Und... Die ist ja nicht mehr da. Warum ist sie nicht mehr da? Ne, keine Ahnung, die ist halt einfach nicht hier aufgetaucht. Und warum soll ich hinterherren? Bin ich hier irgendein dummer Henz, der jedem hinterherren muss? Äh... Jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt einfach mal Realtalk hier, weil... Das war's! Ab like, einen Rockstar-D geezern, bis ich loszule! Ab 1-2-2-3-4-5-0-0-2-4-0-4-0-Side! Also bei 3-2-4-0-4-0-2-4-0-0-7-0-7-0-7-0-3-0. Ab 2-3-4-0-7-0-6-0-7. Ab 2-4-0-0-7-0-7-0-8-0. Ab 2-4-0-8-0. Ab 1-4-5-0. Ab 1-4-4-0.